Grüße. Grüße Gott. Wir sind von der freiheitlichen Kirchengemeinschaft Antonius. Ja und? Haben Sie Zeit für uns? Nein, hat zu tun. Wir würden gerne mit Ihnen über Jesus reden. Über Jesus? Es gibt Leute aus unserer Gemeinschaft, die ihn gesehen haben. Ah ja. Und wir würden gerne mit Ihnen über das reden. Warum mit mir? Er hat ein Zeichen hinterlassen. Was für ein Zeichen. Ein Ball. Er hat diesen Ball ins grosse Kirchenfest geschossen. Jesus! Ja, was ist? Eigentlich scheint es diesen Ball ins... Ins grosse Kirchenfest? Ins grosse Kirchenfest geschossen. Nein, sicher nicht. Nein, ich war es nicht, wenn ich sage Heil Antonner. Man hätte dich aber bei der Kirche zugesehen. Und die Beschreibung passt genau auf dich. Lange Haare und ein Bart. Ja, aber Moment mal. Lange Haare und ein Bärtchen. Es könnte im V.O. der Judas gewesen sein. Der Judas? Ja. Ja, der Bürgi Judas. Ja, klar. Aus der Gartenstrasse. Ja, aus der Gartenstrasse. Ja, aus der Gartenstrasse. Ich habe noch gesagt, es könnte auch der Judas gewesen sein. Es tut uns leid. Für Geld zu Gott. Wiedersehen miteinander. Ade. Ade, zusammen. Ade. Es klingt mir fast, es sei dein Ball. Ja, logisch ist das mein Ball. Ich habe noch die Kirche reingeschautet. Im Judas habe ich schon lange eine Rechnung offen. Jetzt sind wir endlich gequitt. ein zweitesips noch mehr,